Hallo, liebe Deutschlernende! Ich hoffe, es geht euch so gut wie mir. Es ist gerade ein herrlicher Tag hier in Berlin. Die Sonne scheint. Ich bin auf dem Weg zur Bibliothek. In letzter Zeit gehe ich regelmäßig zur Bibliothek, weil ich dort konzentrierter arbeiten kann. Und jeden Tag verbessere ich Authentic German Learning oder ich mache oder ich bearbeite Videos und so weiter. Es ist echt toll, das Leben. Und jeden Tag verbessere ich mich ein bisschen. Und ich möchte auch dich inspirieren dazu, dich wirklich jeden Tag zu verbessern. Ich meine, das Leben ist einfach wunderbar. Das Leben ist wunderbar. Ein sehr wichtiger Satz. Das Leben ist schön. Und das Wetter. Das Wetter ist auch total herrlich heute. Ich habe eine Neuigkeit. Ich plane gerade, aus Berlin auszuziehen. Und zwar geht es nach Vietnam. Das ist zumindest mein Ziel. Und ich werde schauen, wie... Na doch, es ist möglich. Und ich werde mein Bestes tun, das Wirklichkeit werden zu lassen. Wenn du Träume hast, dann lass dich von nichts abhalten und setze diese Träume um. Das mache ich jetzt. Ich tue alles, um diesen Traum zu verwirklichen. Denn ich möchte, und das habe ich schon in manchen anderen Videos erwähnt, ich möchte sehr gerne um die Welt reisen. Und ich fange mit Vietnam an. Ich werde jetzt in zwei Monaten oder so ausziehen aus Berlin und in Vietnam leben. Das sind die Neuigkeiten von mir, von Authentic German Learning. Und keine Sorge, es geht weiter. Ich habe nicht vor, aufzuhören. Also, die nächsten zehn Jahre wird es Authentic German Learning mit Sicherheit noch geben. Ja, ich werde nicht immer in Berlin leben. In zwei Monaten bin ich weg. Aber Authentic German Learning geht weiter. Und ich nehme euch alle nach Vietnam mit und nach Asien und wohin ich sonst noch so gehe. Und dann werden wir die Welt gemeinsam erkunden. Und wir werden gemeinsam lernen. Gemeinsam das Leben genießen. Du wirst immer besser Deutsch sprechen können. Und ja, das Leben ist einfach schön. Das Leben ist fantastisch. Und eine zweite Sache. Falls du mich sehen möchtest und in Berlin lebst, dann hast du jetzt noch zwei Monate Zeit, mich zu sehen. Insofern sag mir Bescheid. Schreib mir ruhig eine E-Mail oder hinterlasse einen Kommentar unter diesem Video oder so. Und dann können wir uns noch mal treffen und ich werde eventuell oder höchstwahrscheinlich noch mal ein großes Treffen planen, wenn genug Leute Interessen haben von Deutschlernern und Deutschlehrern. Aber dazu mache ich noch mal ein separates Video. Danke fürs Zuschauen und bleib gespannt. Es werden richtig coole Sachen folgen und ich bin gespannt, wie es wird. Und ich weiß jetzt schon, dass es total toll werden wird. Ja, im Moment läuft alles sehr super. Aber ich habe in letzter Zeit nicht so viele Videos gemacht. Das liegt zum Teil daran, dass ich jetzt sehr viel organisieren muss. Ja, dazu gehört natürlich auch sehr viel Organisation, Deutschland zu verlassen und in ein neues Land mich niederzulassen und so weiter. Da gehört sehr viel Organisation dazu. Und deswegen hatte ich in letzter Zeit nicht so viel Zeit für Videos. Aber bald wird es auch wieder mehr Videos geben. Ja, ich mache mindestens zwei Videos pro Woche und bald werden es auch wieder drei und vier und fünf werden. Ja, danke fürs Zuschauen und bis später. Ich werde noch ein Video machen über das Treffen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!